Schönen guten Tag, mein Name ist Marco Hache von der Firma Kenda und ich möchte mit Ihnen jetzt gemeinsam den iMob einweisen. Für den normalen Transport vom iMob haben wir unten zwei große Räder mit dran, wo ich den iMob hinter mir herziehen bzw. vor mir her schieben kann. Bin ich im Bereich von Treppenstufen bzw. Verladung im Fahrzeug, eine Hand hier an dem Holm in dem Bereich und die zweite Hand hier in die Griffmulde und möglichst so angenehm vor der Brust tragen. Beim Abstellen darauf zu achten, dass der Holm wieder gerade steht, dass die Maschine nicht umfällt. Für die Arbeitsvorbereitung benötigen wir die Bürsten bzw. Treibteller. Wir verwenden jetzt hier die Bürsten. Darauf ist zu achten, wir haben gegenläufiges Bürstensystem, das heißt diese Bürste dreht in diese Richtung, diese Bürste dreht in die und bei der Montage immer entgegengesetzt der Drehrichtung die Bürsten bzw. Treibteller montieren. Mit einem kleinen Schwung einrasten lassen. Das gleiche auf der anderen Seite auch einrasten lassen. Wir haben hier den Saugfuß, der mit dem Saugschlauch verbunden wird. Leichtes hin und her bewegen, sodass hier kein Spalt entsteht, der richtig zusammensetzt. Dann habe ich hier die beiden Kugelköpfe, die hier in dem Bereich zusammengefügt werden. Das Beste ist mit beiden Händen aufsetzen und nach oben drücken. Wir haben hier in dem Bereich die Aufnahme für die Akkus. Wir haben hier den rechten Akkuaufnahme, linker Akkuaufnahme. Ich habe hier mein Ladegerät, was gleich ist mit der Aufnahme, wie auch in der Maschine. Darauf zu achten ist, wenn ich die Akkus im Ladegerät rausnehme, haben wir hier zwei Leuchtdioden mit dran. Wenn die grün leuchten, sind die Akkus vollgeladene. Ladegerät ausschalten. Dann habe ich hier rechts und links Spangen dran. Drücke ich zusammen, ganz leicht, und schiebe den Akku zur Seite raus. Wir haben hier ein Farbsystem. Die Akkus gehen auch nicht auf die verkehrte Seite. Es muss immer Farbe auf Farbe, so wie hier im Gerät auch. Sobald ich einen Akku reinschiebe, höre ich einen kleinen Bestätigungston in der Maschine. Das ist schon das Zeichen, dass die Maschine einsatzbereit ist. Es sind für den Betrieb, wenn wir beide Akkus notwendig, das heißt also für den zweiten Akku mit einsetzen und fest in die Maschine reinschieben. Wir haben hier in dem Bereich unseren Frischwassertank. Hier haben wir den Schmutzwassertank. Zum Entnehmen des Frischwassertanks beide Hände hier auflegen und hier leicht mit dem Traum in Gegendruck und nach oben rausziehen. Bei der Befüllung vom Frischwassertank ist darauf zu achten, den maximal zehn Zentimeter hier unter der Kante zu befüllen mit kaltem, klaren Wasser. Bei der Benutzung von Reinigungschemie ist bitte darauf zu achten, dass nur maschinentaugliche Chemie verwendet wird. Das heißt, die muss schaumgebremst sein für die Verwendung. Wir haben jetzt unseren Frischwassertank befüllt. Hier nochmal gezeigt über die Markierung. Beim Einsetzen vom Frischwassertank, wir haben hier unten ein kleines Ventil mit drin, das in dem Bereich eingesetzt werden muss, setze ich von oben nach unten rein und drückst dann nur noch mal so rein und da ist der Tank arretiert. Für die weitere Benutzung habe ich jetzt hier, lege ich meine Hand auf, die zweite Hand hier in dem Bereich, wie wenn ich den Transport habe, drücke den Holm in diese Richtung weg. Ich habe hier ein sehr starkes Magnet drin, fasse hier in diese Griffmulde hinein und setze den Bürstenkopf nach unten ab. Für die Benutzung an sich habe ich hier oben mein Display, meine Kontrollanzeige für den Ladezustand der Batterien, habe fünf Schaltstufen hier mit dran. Mittlere Stellung ist ausgeschaltet. Hier haben wir eine Abbildung für die Bürste, für die Absaugung und das gleiche finden wir hier in dem Bereich auch wieder. Nur Bürsten, Bürsten in Verbindung mit Wasser, Bürsten saugen und nur Bürsten Wasser mit Absaugung. Dieser Bereich wird für die normale Unterhaltsreinigung immer eingeschaltet sein. Hier habe ich noch mal einen Knopf, wo ich die Wassermenge reduzieren kann, wenn ich empfindliche Böden habe, dass ich da beispielsweise bei Laminat oder Parkett nicht zu viel Feuchtigkeit am Boden bringe. Beim Einschalten, kurzer Bestätigungston und da sehe ich jetzt auch hier die Anzeige von den Akkus. Für die Benutzung an sich, ich drehe es jetzt noch mal rum zu mir, ist möglichst darauf zu achten, dass der Knopf, der Einschaltknopf ungefähr auf Gürtelhöhe ist, dass man entspanntes Arbeiten hat. Diese beiden Griffe sind dann fürs Einschalten da. Erst wenn ich jetzt hier dran ziehe, dreht sich die Bürste, das Wasser fängt an zu laufen und die Absaugung schaltet sich ein. Jetzt noch mal eine kurze Trockenübung. Um auf der Stelle mit der Maschine zu wenden bzw. einen Richtungswechsel vorzunehmen, muss ich hier an den Griffen rechts und links wirklich drehen. Das heißt, möchte ich nach da fahren, drehe ich den Holm nach da, möchte ich in die entgegengesetzte Richtung, drehe ich nach da. Um auf der Stelle wenden zu können, kann ich auch einmal komplett rum und kann dann in die entgegengesetzte Arbeitsrichtung fahren. Die Arbeitsrichtung ist an sich vorgegeben. Ich habe meine beiden Laufrollen. Das ist auch der Bereich, wo sich die Maschine nach dem Einschalten leicht selbstständig fortbewegt. Ich ziehe jetzt an beiden, nehme beide Hände für den Betrieb und kann ganz leicht mit der Maschine rechts, links hin und her fahren. Währenddessen ich meine Reinigung mache, ich laufe ganz klassisch wie hinter einem Reinigungsautomaten hinterher, kann auch in entgegengesetzte Richtung wieder fahren. Wenn ich mit der Reinigung soweit fertig bin bzw. abgeschlossen habe, nehme ich während der Fahrt eine Schaltstufe zurück, dass jetzt nur noch gebürstet und gesaugt wird, dass das Restwasser, was sich zwischen Bürste und Saugfuß befindet, mit abgesaugt wird. Das Ganze mache ich dann nochmal so ein paar Meter, fahre ich dann weiter und dann ist die Restfeuchtigkeit nicht mehr da. Ich lasse dann meinen Griff los, schalte in dem Moment meinen Schalter auf aus. Ich habe jetzt keine Möglichkeit, die Maschine irgendwie abzustellen. Ich muss einmal nach unten gehen, hier reingreifen und den Bürstenkopf nach oben ziehen und hier wieder fest mit dem Magnet verbinden. Dann habe ich wieder die Möglichkeit, mit meiner Maschine zum Bereich zu gehen, wo ich dann die Reinigung der Maschine an sich vornehme. Ich habe hier von dem Schmutzwassertank, der über einen Magneten hier festgehalten wird. Zur Entleerung vom Schmutzwassertank haben wir hier oben einen Deckel. Da ist bitte auf zu achten, dass während der Bedienung der Deckel immer geschlossen ist. Öffnen, am besten in die Toilette entleeren. Wir haben sehr viele Schmutzpartikel hier mit drin, dass die Waschbecken nicht verstopfen. Ausspülen zwei, dreimal und möglichst den Tank so offen hinstellen, dass der abtrocknen kann, dass keine Geruchsbelästigung entsteht. Es ist keine Möglichkeit, den Tank abzustellen. Möglichst dann so, hier in der Maschine mit offenen Deckel, so lagern, dass Zwischenluft reinkommt, dass es abtrocknen kann. Wir haben hier in dem Bereich die Nase, wo das Schmutzwasser von unten in den Schmutzwasserbehälter reinkommt. Die ist bitte nach jeder Reinigung abzunehmen. Hier haben wir eine Spange drin, leicht zusammendrücken, kann ich die Nase rausnehmen, ausspülen und wieder richtig rum einsetzen, dass die nach unten zeigt. Hier oben haben wir einen sogenannten Flusenfilter mit drin, der auch jedes Mal nach der Reinigung entfernt werden muss. Auch hier leicht zusammendrücken, rausziehen, Kappe abnehmen, das Vlies rausmachen, unter dem Wasserhahn ausspülen, wieder einsetzen, das Ganze ausrichten, dass es wieder an der richtigen Stelle mit sitzt, Deckel draufsetzen, möglichst so festhalten, darauf zu achten, der Pfeil muss nach oben zeigen und wenn ich in die Maschine reinsetze, muss der auch von außen noch erkennbar sein. Ich nehme den rein, setze den so rum rein, drücke den leicht nach oben, dass er oben anstößt an der Seite, schieben rein und tun rechts, links arretieren und schon sitzt er so fest drin. Beim Frischwassertank abnehmen, wieder darauf zu achten, hier leicht wegdrücken mit beiden Fingern und nach oben rausnehmen. Zur Reinigung vom Frischwassertank bitte nie das Wasser in der Maschine drinnen lassen, immer nach der Reinigung entleeren. Für die Entleerung an sich ist noch darauf zu achten, dass regelmäßig der Frischwasserfilter sauber gemacht wird, der hier im unteren Bereich sich befindet. Und auch hier möglichst den Tank offen stehen lassen, dass es abtrocknen kann. Jetzt nehmen wir die Akkus raus, hier die Spange leicht zusammendrücken, genau das gleiche wie am Ladegerät, zur Seite rausnehmen und möglichst direkt ins Ladegerät wieder einstecken. Wieder hier, Farbe darauf achten. Das Ganze mit einem anderen Akku auch noch. Spange zusammendrücken, rausnehmen, wieder arretieren, Stecker in die Steckdose stecken, einschalten, Lampen leuchten rot und wenn sie voll sind, leuchten zu grün dann. Jetzt haben wir die Möglichkeit, den iMob quasi die Seite zu legen. Am besten hier in dem Bereich, dass keine Verkratzungen entstehen. Ein Tuch drunter legen, kann ich den iMob komplett nach hinten klappen. Ich habe hier meinen Saugschlauch, der vom Saugfuß kommt, meinen Bereich, der gelb markiert ist. Hier können sich Verschmutzung drin absetzen. Das bitte auch nach der Benutzung kontrollieren bzw. ausspülen. Schlauch wieder festmachen, Saugfuß abnehmen, leicht hin und her bewegen. Hier auch wieder der Punkt, wo sich Schmutz absetzen kann. Den Saugfuß nehmen und am Wasserhahn ausspülen. Hier diese Bereiche und die Sauglippe komplett auch ausspülen. Wir haben hier für die Benutzung bzw. ein Verschleißteil am Boden unsere Sauglippe, die vier scharfe Kanten hat. Eine scharfe Kante, zweite, dritte und vierte im oberen Bereich. Vom Verschleiß her an sich maximal die Sauglippe bis zur Hälfte der Gummistärke abnutzen. Dann drehen, sodass ich auf der anderen Seite wieder eine scharfe Kante habe und das gleiche habe ich hier oben auch nochmal. Beim Wechsel von der Sauglippe bitte darauf zu achten, dass die Schrauben beim Festziehen und beim Lösen sich so wieder hingelegt werden, dass ich die unterschiedliche Schraubenlänge wieder an die richtige Stelle mache und dann von innen nach außen festziehen, dass sich die Sauglippe entspannt. Im Bereich der Räder bitte darauf zu achten, dass die leichtgängig sind, dass sich keine Flusen oder Haare hier reingesetzt haben. Diese dann bitte entfernen. Beim Bürsten rausnehmen für die Reinigung mit Drehrichtung. Wir haben diese Drehrichtung. Mit Schwung kann ich die Bürste rausnehmen, die auch unter Wasser an ausspülen. Andere Seite genauso. Dann nehme ich mir ein Tuch, am besten ein feuchtes Tuch und wische den Bereich komplett ab. Bitte auf keinen Fall hier irgendwo mit einem Wasserschlauch abspülen. Einfach nur ein feuchtes Tuch abgewischt und schon ist die Maschine für den nächsten Einsatz vorbereitet. Das Ganze dann wieder montieren. Bürsten reinmachen. Gegen gesetzter Drehrichtung. Saugfuß montieren. Die Maschine wieder aufrichten. Möglichst den Bürstenkopf, wo sich dann Staub mit absetzt, auch mit einem feuchten Tuch regelmäßig abwischen. Die Maschine nochmal komplettiert. Wenn ich jetzt keine Möglichkeit habe, die Tanks irgendwo mit abzustellen. Tank rein, Deckel offen lassen und das gleiche mit dem Schwarzwassertank auch. Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gerade Start. Schwarz, Schwarz, Schwarz. Schwarz, Schwarz. Schwarz, Schwarz, Schwarz. Vielen Dank.